Das Lagerleben war so, wir waren in großen Sälen, vor allem die Kinder und die Frauen. Es gab oft eben nachts, trapp, 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 kamen die Soldaten und die Anweisung meiner Mutter war, die hatte sich einen Zahn ausgeschlagen, die hatten Kopftücher auf und immer wenn die Soldaten kamen, um sich eine Frau zu suchen, dann war der Befehl oder meine Mutter sagt, leg dich auf mich drauf und schrei, so laut es geht. Und ich habe sie offenbar auf diese Weise schützen können. Es gibt später die Erfahrung einer Vergewaltigung, da hat es mich getroffen. Ich glaube, ich war Mitte 40 in meiner Psychotherapie aus ganz anderen Gründen, als durch körperliche Phänomene, das sozusagen hochkam. Das Bittere daran war, dann war ich ja nun schon auch eine erwachsene Frau und da kommt das, was sie mich am Anfang gefragt haben. Warum hat meine Mutter mich nicht geschützt? Diese Frage kam da erst. Also warum hat es mich getroffen und warum hat sie mich als Schutzhild genommen? Trotzdem habe ich ihr sehr verziehen. Also es war dann nicht ein Konflikt, nicht mehr, als sie dann starb, mich von ihr zu verabschieden. Eine andere Szene im Lagerleben, also die Frauen waren an Arbeit, wir Kinder haben gespielt, aber ich bin dann sozusagen beim Klauen erwischt worden. Das ist eine wichtige Geschichte, das ist fast das Wichtigste aus diesem Lagerleben. Ich habe im Casino versucht, Weißbrot zu klauen. Und dabei hat mich ein russischer Offizier erwischt. Ich kam da raus mit dem Brot unter dem Arm und der erwischt mich und nimmt mich hinten so am Nacken. Und während er mich am Nacken hat und anschaut, fängt er an zu weinen. Ich habe das später, ein bisschen später die Geschichte. Die Geschichte dahinter ist, das war ein russischer Soldat oder Offizier, der bei Stalingrad Frau und drei Kinder verloren hatte. Heute sehe ich das so und das hat mein Leben auch im Blick auf diese Phase Lager, Gefangenschaft sehr geprägt. Ich glaube, in diesem Moment hat er in die Scheidung, entweder ich hasse dieses Kind, weil es zu den Feinden gehört oder es könnte auch meine kleine Tochter sein. Und er hat sich für das Zweite entschieden. Und wir sind über anderthalb Jahre, dann wurde er abgezogen, dann war das Lager ganz in polnischer Hände, waren wir die besten Freunde. Und mit ihm sozusagen muss ich schon heute sagen, das ist das einzige Mal, wo ich einen Vater in meinem Leben hatte. Wir haben gespielt. Spielen hieß, wenn er Zeit hatte, was machen wir? Und mein Lieblingsspiel war, mit Dynamit irgendwas in die Luft jagen. Das fand ich großartig. Da gab es ja noch so einen Bahnhof, weiß ich noch. Wir konnten natürlich dann auch als Kinder oder mit ihm sowieso das Lager verlassen. Ein anderes war, er hat mich gefragt, wir gehen jetzt Fische fangen, angeln. Angeln hieß, mit einem Panzer an einen See fahren, dann eine Splitterbombe rein und dann war der See voller toter Fische. Und dann hat er gesagt, jetzt sammeln wir die ein. Und ich bin da, ich glaube, ich kam mir damals vor wie Jesus persönlich und habe die ganzen Fische ins Lager gebracht. Und wir hatten was zu essen. Ich habe dann einen späteren, das ist ja immer sehr schwer, sich genau dran zu sehen, aber ich war oft tagelang in diesem Panzer unterwegs. Ich erinnere mich, da war ein Sofa und der hat mir immer beigebracht, auch wie man durch den Schlitz guckt. Und dann habe ich immer gesehen, wie man so eine, da wurde ja nicht mehr geschossen, aber beim Angeln schon. Und wie man sozusagen diese Kanone, was ich heute ganz furchtbar finde, wenn ich auf die syrischen Bilder gucke und sehe, wie so ein Panzer sozusagen mit der Kanone abcheckt, wo er hinballert. Für mich war das damals nicht das Aktive. Es war, ich wusste trotzdem, dass es Krieg war und ich wusste auch, dass durch diese Panzer viele Menschen gestorben waren. Aber in dem Moment war die Realität, wir wohnen in diesem Panzer und wir sind bis nach Stettin hochgefahren. Und manchmal hatte ich meine Mutter zwei Wochen nicht gesehen. Und das war insoweit, vielleicht kommen wir später noch darauf, wenn man mich nach dem Krieg gefragt hat, später, dann habe ich immer eher diese Geschichten erzählt. Also zum Beispiel nicht von der Erschießung, nicht von der Vergewaltigung, sondern ich habe mehr das Fluchtmotiv war, wir müssen uns aufmachen, wir müssen überleben, wir müssen uns Brot besorgen oder sonst was. Und für mich war die Parole meiner Mutter, wenn du Hunger hast, besorg dir was und am besten für andere mit. Das heißt, mal ein sozialpädagogischer Tick, der sich später, oder ich sage das nicht Tick, aber diese Seite, die dann sogar in meinen Beruf geführt hat, in das, was ich studiert habe, hat, glaube ich, da seine Quelle. Im Krieg geht es darum zu überleben und es gibt eben nicht nur Feinde.